Hallo, wir haben noch einen Raum in dieser Fleischerei, denken wir mal, gefunden. Okay, diesen werden wir jetzt erkunden. Okay, ein paar Türen. Okay, der Stromkasten geht schon mal nicht auf. Okay, machen wir mich bitte. Damit können wir wirklich zum Dachboden vielleicht. Okay, auf den Flaschen. Ah, Rahmenbetriebsverbot für Kesselanlagen. Brandschutz, allgemeines Betrieb. Psst, das war Wasser. Hallo, Adam, das war Wasserkommet. Das war nichts. Bevor du abhaust, musst du immer erst überlegen, was könnte das noch gewesen sein. Und hier bin ich mir wirklich sicher, dass hier wahrscheinlich keiner drin ist. Okay, ich weiß nicht, wollen wir die Leiter mal nehmen und vielleicht zum Dachboden gehen, oder? Ich weiß nicht, gerne zum Bad noch. Das war die Leiter, das wäre ein bisschen blöd. Die kriegst du wahrscheinlich kaum durch die Tür, oder? Ja. Und wenn du hier... Und das ist auch zu auffällig. Ja, und wenn du da nur abhauen müsstest. Naja, auf jeden Fall. Hiermit beende ich den Part. Bis zum nächsten Mal. Noch ein kurzer Blick. Was war da? Von draußen. Da ist eine Leiter, wir können zum Dachboden. Da ist eine Leiter, wir können zum Dachboden.